Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und jetzt kann es auch schon losgehen. So, der große, legendäre McDonalds und ich werde mir jetzt hier mit dem hier ein leckeres Eis kaufen. Denn die Sonne knallt richtig doll auf meinen Kopf und auf meinem Körper und es ist übertrieben heiß. Ich brauche dringend ein Eis, um mich abzukühlen. Hallo? Hallöchen. Guten Tag, Ihre Bestellung bitte? So, ich hätte ganz gerne keinen Burger, sondern ein Schoko-Eis. Ähm, leider ausverkauft. Ihre Bestellung bitte? Ah, kein Schoko. Mist, ich mag Schoko am meisten. Na gut, dann eben was Fruchtiges. Erdbeere. Ein Erdbeereis bitte. Ähm, tut uns leider, ist auch ausverkauft. Ähm, Ihre Bestellung bitte? Wie? Na gut, oh Gott. Ey, da nehme ich halt ein Vanilleeis. Das mag ich am wenigsten. Aber gut, da nehme ich halt ein Vanilleeis. Ähm, es ist ausverkauft. Ihre Bestellung bitte? Was? Hast du alles ausverkauft? Es kann nicht wahr sein. Du veräppelst mich doch. Gib mir endlich mein Eis. Hm, die Eismaschine ist leider kaputt. Es tut uns fürchtbar leid. Wir können dir aber einen leckeren Burger machen für nur zwei Diamanten. Äh, ich will keinen Burger. Ich will Eiscreme. Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Minecraft-Video. Wie ihr sehen könnt, ich drehe hier gerade durch, denn ich bekomme hier kein Eis. Und, äh, ja, ich würde gerne ein Eis bekommen. Aber Leute, was heute in dem Video passiert, wird mega witzig. Denn ich werde die Abkühlung meines Lebens bekommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut das Video bis zum Schluss. Und an alle neuen Zuschauer, abonniert den Kanal und drückt rechts daneben aufs Glöckchen, um ein Teil der Ikeami zu werden. Der Best-Name auf ganz YouTube. Und gebt danach dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt auch was in die Kommentare, Freunde, damit ich euch ein Herzchen geben kann. Schreibt irgendwas Süßes, irgendwas Liebes und das wäre dann abgehakt. So, kein Eis für mich, ja? Dann, dober McDonalds, Burger King ist besser. So, das haben die verdient. So, Mann, ich glaube, ich habe vielleicht noch Eis in meiner Tiefkühltruhe. Aber das ist so ein langweiliges, billiges, doofes Eis aus dem Supermarkt. Ah, na gut. Besser als gar nichts. Boah, es ist so heiß heute. Ich brauche dringend eine Abkühlung, Leute. Die Abkühlung meines Lebens will ich haben. Ich brauche eine Abkühlung. Die Abkühlung meines Lebens. Hey! Du willst die Abkühlung deines Lebens? Dann komm mal hierher, Kleiner. Moment mal. Irgendwoher kenne ich diesen Typen doch. Der kommt mir bekannt vor. Wie bist... Wie heißt du noch mal? Äh, da spielt doch jetzt gar nichts zur Sache. Ich bin der Eismann hier. Schau dir mal meine Eissorten an. Lecker Schmecker, Kokosnuss, Zitrone, Erdbeere, Amarena Kirsch, Waldmeister, Schoko und sogar Orange. Welches willst du haben? Ähm, ja, lass mich mal sehen. Ähm, eigentlich wollte ich Wassereis haben. Kein so weiches Eis. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ich hab das beste Eis in meinem Geheimversteck. Aber niemand darf da rein. Niemand, niemand, niemand. Ich will dein Geheimversteck sehen. Bitte, darf ich dein Geheimversteck sehen? Bitte, 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 bitte. Ich würde alles tun, um dein Geheimversteck zu sehen. Wirklich alles? Mein Geheimversteck ist aber wirklich geheim. Niemand darf davon jemals erfahren. Niemand. Ja, 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 bitte, 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 bitte. Ich würde alles tun, um dein Geheimversteck zu sehen. Da gibt's alle Eissorten, die du dir wünschen kannst. Guck mal unter dir. Da ist ein geheimer Weg. Der führt in meinen geheimen Eispalast. Aber Vorsicht! Wenn du zu gierig wirst, verwandelst du dich in einen Eisblock. Hey! Erschreck mich doch nicht so. Okay. Zu einem Eisblock, sagst du? Dann lass dich mal sehen. Hier unten? Ich geh da jetzt rein. Ich geh da jetzt rein. Oh, oh. Hey! Oh mein Gott, wo bin ich? 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 Wo geh ich hin? Oh! In der Eiskammer! Du meine Güte! Es ist total kalt hier. Es ist eiskalt, Leute. Oh, ich verfriere. Oh, oh Gott. Oh Gott, hört ihr das? Es ist windig hier. Guck mal. Boah! Ich slide hier. Alter! Was ist das denn hier? Schnee! Jo, wie geht das denn? Was geht hier ab, Leute? Was ist das denn? Eine Eisrüstung? Bob, Bob. Was passiert, wenn ich die anziehe, Leute? Zack, 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 zack. Die ist mir leider zu groß. Aber schaut mal. Ich bin ein Eisblock. Oh Gott, diese Eisrüstung ist wirklich eiskalt, Leute. Ah! Oh Gott, ich muss die ausziehen. Ich muss die ausziehen. Zack, 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 zack. Und weg. Okay. Ähm. Die mache ich jetzt mal weg. Die brauche ich nämlich nicht. So, die kann wieder rein. Was haben wir denn da? Eistrank? Du meine Güte. Ein Eistrank. Wie geil ist das denn? Jo, was passiert, wenn ich den trinke? Der sieht richtig lecker aus, Leute. Soll ich den trinken? Wenn ja, dann gebt mir dem Video ein Like, also einen Daumen nach oben und wir trinken den jetzt. So. Ähm. Boah. Irgendwie ist mir richtig kalt, Leute. Uff. Oh. Ah! Wow. Was geht hier ab? Alter! Ich bin ein Eisblock. Leute! Was ist hier los? Schaut euch das hier an. Ich bin in einem Eisblock gefangen. Hilfe! Oh Gott, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ah! Das habe ich nicht gemeint, als ich gesagt habe, ich würde gerne eine Abkühlung haben. Oh nein! Hilfe! Hilfe! Ah! Heute habe ich alles getroffen. Scusi, 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 busi, 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 busi. Scusi, 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 busi. So. Werte ich mit dem Gym. Jetzt kann ich hier meine Tasche leeren. Hm? Jemand ruft nach Hilfe. Was ist das denn? Oh, scusi, 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 scusi. Hallo, hallo. Was ist hier los? Ey, Mario. Hilf mir. Ich, ich, ich erfriere. Scusi, 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 was ist hier los? Oh, oh. Diese Blöcke sind steinhart. Das kann nicht wahr sein. Oh. Iki, wie bist du da reingekommen? Ich habe keine Ahnung. Jemand hat mir eine Falle gestellt. Ich habe so einen Trank gekauft. Ich habe ihn getrunken und dann, bam, war ich auf einmal hier. Hilf mir bitte. Ich esse so kalt. Ich erfriere. Scusi, scusi, scusi. Warte. Ist hier hinten vielleicht irgendwo eine Öffnung? Ah. Oh. Scusi. Ähm. Wie kann man Eis zum Schmelzen bringen? Hol irgendwas Warmes, Mann. Hey, ich habe keine Ahnung. Hilf mir einfach. Scusi, scusi. Okay, okay. Äh. Ich habe eine Idee, scusi. Ich nehme einfach ein Stück Wasser von dem Fluss. Wasser. Zurück. Ich habe Wasser. Da oben ist eine Leuchtkerze. Kann ich da hoch gehen? Scusi. Und scusi. Oh, Mist. Moment. Scusi. Hoch. Schwimmen, 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 schwimmen. Scusi. So, Iki. Ich habe eine Leuchtkerze und ein Wassereimer. Vielleicht klappt das ja. Schneller, schneller, schneller. Iki, guck mal. Leuchtkerze. Parra. Mario. Ich glaube, diese Kerze da funktioniert nicht. Nix passiert. Scusi. Einen Moment. Wuuuuh. Okay, Leuchtkerze. Eis, Eis, Eis. Schmelzen bitte. Eis, Eis, Eis. Es schmilzt nix. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe warmes Wasser. Oh. Wo ist das Wasser? Jo, das ist zu kalt hier. Das funktioniert natürlich nicht. Oh Gott, Mario. Ich werde sterben. Oh. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Oh. Er liebt mich nicht. Oh. Da ruft jemand nach Hilfe. Moment mal. Von wo kommen die Schreie? Oh. An so einem heißen Tag braucht doch jemand keine Hilfe. Du meine Güte, was ist da vorne los? Hallo. Hey. Was ist hier los? Du meine Güte. Eki. Scusi. Schau mal. Ich habe versucht, ihn hier rauszuholen. Er ist eingefroren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber die Leuchtkerze funktioniert nicht. Und mein Eimer mit Wasser auch nicht. Oh Gott. Endlich jemand mit einem intelligenten Gehirn. Ekline. Du musst mich hier rausholen. Ich erfriere. Es ist ultra kalt. An so einem heißen Tag unter Eis? Iki. Was hast du da schon wieder angestellt? Und Mario. Sowas hilft doch nicht. Wartet mal. Ich komme sofort wieder. Ich habe da eine Idee. Scusi. Ich bin auch intelligent. Natürlich bist du das, Mario. So. Jetzt gehe ich mal ganz schnell nach Hause und hole etwas. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich Iki da rausholen kann. Die sind so doof. Der hat einfach so eine kleine Leuchtkerze. Nein. Man muss etwas Großes holen, was richtig heiß Hitze verursacht. Hier. In meiner geheimen Waffenkiste, die auch passwortgeschützt ist. So. Das Passwort kennt niemand außer mir. Ähm. Dann nehme ich den Flammenwerfer und zur Sicherheit auch nochmal den Alienblaster. Schaut mal. Haha. Wenn ich damit Iki nicht rausholen kann, dann weiß ich auch nicht. So. Zack. Okidoki. Ok, ok. Ok. Ähm. Und mit David können wir so feuern. Aber das wird definitiv funktionieren. Da bin ich mir absolut sicher. Los geht's. Iki. Ich bin unterwegs. Und ich werde dich da rausholen. Scusi. Du hast doch gar nichts geholt. Ah, na klar. Schau mal. Scusi. Das wird funktionieren. Ok. Aus dem Weg, Mario. Aus dem Weg. Iki, ich feuere jetzt. Ich feuere jetzt. Ey. Was soll das? Ey. Schieß doch nicht auf mich. Alter. Ekeline. Was, wenn mich das trifft? Oh mein Gott. Es ist vorbei. Ich komm hier niemals raus. Hi. Ok. Wenn das nicht funktioniert, dann lass es mich mal damit probieren. Ok. Aus dem Weg. Und. Hi. Ich habe keine Munition mehr. Du meine, das hat nicht geholfen. Oh mein Gott. Nicht mal der Flammenwerfer hat geholfen. Was tun wir jetzt? Scusi. Ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Alter, Iki. Du bist dafür immer gefangen, glaube ich. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Oh oh. Iki, wie bist du da reingekommen? Alter, da war so ein Typ. Der hat mir Eis verkauft. Und da war so ein Eistrank. Den habe ich getrunken. Und dann, bam, war ich auf einmal hier gefangen. Bitte, rettet mich. Ok, ok, ok. Bleib hier. Ich hole Hilfe. Feuerwehr. Feuerwehr. Ich bin schon den ganzen Tag hier drinnen gefangen. Alle meine Freunde sind weg. Oh Gott. Hilfe. Ich komme hier nie wieder raus, Leute. Was geht hier ab? Oh Gott. Die Sonne geht sogar unter. Ich wollte doch nur eine Abkühlung für diesen Tag. Oh, wartet mal. Ich muss mich hier selber rausholen. Moment mal. Ich habe das Gefühl, das Eis schmilzt langsam. Das Eis schmilzt, weil die Sonne weggeht. Moment mal. Kann es sein, dass das Eis ist, was einen anderen Effekt hat als normales Eis? Es schmilzt, wenn es kalt wird? Das ist ein Eistrank. Natürlich. Dieses Eis funktioniert anders. Es schmilzt, wenn es kalt wird. Oh Gott. Ja. Ich kann hier raus. Ich kann hier raus. Ich kann hier raus. Ich kann hier raus. Oh Gott. Ich kriege keine Luft. Ich kriege keine Luft. Es ist Wasser. Oh. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Hurra. Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr es witzig fandet, dass ich in Eis eingesperrt war, dann abonniert gerne den Kanal und drückt rechts immer auf die Glocke, damit ihr ein Teil der E-Kamier werdet und keine weiteren coolen Videos verpasst. Gebt natürlich auch dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.